Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon-Schild! Ja, ich habe mir was leichteres, lockeres angezogen, habe dafür mein ganzes Geld ausgegeben. Ui! Wusch! Und bin bereit für die Feuer-Arena! Sowas von bereit! Auf geht's! Es wird bestimmt heiß da drin. Huff, 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 huff! Hallo! Oh! 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 Ich habe mich gerade schon gewundert! Evo! Evo! Evo, Evo! Evo, die ist aus dem Ei geschnippt! Hallo, mein Kleines! Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Bist du männlich? Ja, du bist männlich! Okay, wir haben Skaia und wir haben Xiseo. Okay, wir hätten noch Astrum oder Mio zum Beispiel. Ähm, wir nehmen Astrum! Oh! Oh! Ne, 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 ne! Wie? Astrum! Können wir ihm ein Sternchen verpassen vielleicht? Gibt es hier ein Sternchen? Hm... Nein, leider nicht! Äh, nur so ein kleines Sternchen. Schade! Wird ein Sonderzeichen oder ein solches Zeichen? Nein, leider nicht! Nein! Und hier? Sieht es mir auch nicht so aus! Ah, hier ist die Feststelltaste! Na gut, dann machen wir einfach wie gewohnt kleiner und... Drei! Astrum! Hey, mein süßer kleiner Schatz! Na? Willkommen in der Familie, meine Süße! Mein Süßer eigentlich! Hallo! Zwölf Kapi hast du! Wie geht es dir denn? Ewa! 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 Okay, Heula, Hut und Hlau, okay... Hitzig! Ort Engine Stadion! Eigentlich müsste es jetzt ein Flammarer werden! Ja, achtet auf Geräusche! Oh, Baby! Willkommen in der Familie! Wir freuen uns, dass du da bist! Kleines Babyschätzchen! Juhu! Na gut, die... Spannend hier die Leute, würde ich mal schätzen, ne? Ach! Hopp, du wartest sogar auf mich! Das ist aber nett von dir! Ich kann auch mal mit dir reden! Da sind echt die Funken geflogen! Okay! Ja, ich will einen Versuch starten! Ich schlüpfe schnell in meine Uniform und dann geht es schon los! Die Luft wird dünner, je weiter wir voranschreiten! Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich! Hier entlang, bitte! Puh, ungewöhnlich? Das klingt spannend! Aber ich bin schon ganz schön nervös! Oh, das sieht ja mega cool aus! Okay, interessant! Bei der Arena-Mission des Feuereinaleiters Kabu musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln! Besiegte Pokémon geben ein Pokémon 2! Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, geht die Arena-Mission... Okay! Aber Vorsicht! Die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen! Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern! Die Arena-Mission beginnt jetzt! Ah! Okay! Na gut! Ein Vulpix erscheint! Okay! 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 Ja, dann sollte ich... Puh! Ich müsste mich entscheiden jetzt! Äh... Heißt das, ich kann jetzt einfach mal einen Vulpix fangen? Also, einfach so? Okay! Los, Superball! Ja gut, das war jetzt ein bisschen... Vulpix setzt Groll ein! Das ist fehlgeschlagen! Ich traue mich gar nicht so recht, irgendwie! Ja... Aber ganz vorsichtiger Stern! Schau! Oh! Ein Volltreffer! Nein! Ich wollte doch einen Vulpix fangen! Das war meine Gelegenheit! Nein! Das war meine Gelegenheit! Ich erhalte Eindruck... Ja, ich weiß! Ich wollte das nicht! Nichts. Maaah. Was ist das denn für Pokémon? Molunk, okay. Roten. Sternschauer. Okay, verbiss, okay. Boah. Ich würde es ja eigentlich bei den sonstigen Teil ja so viele Pokobälle schmeißen, wie ich will. Und mich besiegen. Ehrlich. Ja, ich weiß, dass ich Verbrennungen erleide. Der kämpft gar nicht auf meiner Seite. Los, Superball. Ich meine, ich habe den auch noch nicht. Okay. Sehr gut. Oh, Granobits erreicht Level 28. Ich möchte nicht, dass du Grimasse erlernst. Nee, danke. Er ist erreicht Level 9. Super cool. Okay. Es nimmt Beute mit seinem aufgeheizten Körper in die Mangel. Sobald sie gut durchgebraten sind, frisst er sie genüsslich. Exotherm-Pokémon. Oh. Ja, einfach in eine Box. Dankeschön. Nein. Ich erhalte zwei Punkte. Oh. Das ist so ein Irrlicht-Dings. Siehst du jetzt, ob ich das wirklich möchte? Verdammt, ich wollte das Wulpe... Ja. Okay. Ähm. Nochmal Wulpex. Hier. Hallo. Ich habe jetzt die Chance, einen Wulpex zu fangen. Okay. Wir werfen einfach Superbälle drauf. Ich hätte vielleicht Flecklion heilen sollen. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Und klick, 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 klick. Yay. Ich habe einen Wulpex. Yay. Yes. Das ist mega klasse. Wulpex ist Feuerfuß-Pokémon. Sein Fell wird geschmeidiger, wenn seine sechs Schweife wachsen. Wenn man das Fell berührt, fühlt es sich leicht warm an. Ah. Ich glaube, du bist das neue Flämmchen, aber... Ähm. Erstmal kommst du... Ach, doch, in mein... Genau, genau. Nämlich... Statt... Flütschig. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung. Kabus-Arena-Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben eine Gewinnerin. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arenalte Kabu an. Entschuldige, ich hätte gerne meinen Pokémon noch geheilt. Ha. Zum Glück. So, wir schieben da jetzt erstmal einen Feuerheiler drüber. Komm her, Flecklion. Psch, 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 psch. So. Ähm, genau. Und jetzt nochmal... 2,50 Tränkchen. Okay. So sieht's doch super aus. Auf geht's, ich kann's gar nicht abwarten. Ach, du siehst okay aus. Komm, trau dich. Wir gehen gemeinsam ins Stadion. Das ist erstaunlich. Ich dachte, wir kommen... Ach so. Okay. Die Werbung im Hintergrund ist richtig cool. Für Curry und für... Rasierer oder Deo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wofür wird da im Hintergrund Werbung gemacht? Jeder ist da wohl anders, ne? Mit dem Reinkommen. Willkommen. Ich bin Kabu, der Feuer-Arena-Leiter. Dass du hier vor mir stehst, bedeutet Zweierlei. Du hast Jaros Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Ganz genauso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen, um noch stärker und noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Okay, ja. Ich habe eine der Löwen-Güste. Geile Musik. Immer noch. Wul 직wun seekers. Oh, sie ist so wunderschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüün. Wul nona ist einfach so schön. E Hmphallus... Einfach mal... Wir hauen sie einfach weg. Oh. Sie hat sogar überlebt. Aber sie ist verwirrt. Komm schon, Selbstverletzung, Selbstverletzung. Los, ja. Sie hat sich sogar fast selbst erledigt. Erledigt. Schon wieder dieser Smiley hinten. Balduin. Erfahrungspunkte erhalten. Mega cool. Oh, und Astrum. Flämmchen erreicht Level 26. Und Astrum Level 12. Akani. Oh, da siehst du, wie du enden wirst. Flämmchen. Boah. Oh, und vor allem so riesig. Okay. Oh. Ich setze jetzt erstmal eine Aquawelle ein. So. Agilität. Oh. Oh, bist du schnell. Oh, Mann. Wir versuchen es mal nochmal. Ehrlich. Nein, das verbrennt mich doch. Oh, das ist aber so super stark. Es ist ja nicht so, als ob es mir gut ginge mit Feuerattacken. Ha. Boom. Boom. Akani wurde besiegt. Aber Akani ist auch gigantisch riesig. Meine Güte. Fläckchen erreicht Level 32 und Garnux Level 28. Nein, ich stehe gar nicht auf Tiefschlag. Lass das mal sein. Nein. Ich stehe da nicht auf Tiefschlag. Oh, ich stehe da nicht so drauf. Hm. Oh. Oh gut, okay. Nein. Ich stehe da nicht so drauf. Meine Verbrennung schadet mir. Als nächstes gibt es ein Dynamax-Kampf. Na los, Cabo. Such nach einer Zündenden-Idee, mit der du gewinnen kannst. Deine Idee wird, dass die Dynamax-Immung sind. Entfernung. Wow. Der ist halt schon echt riesig. Dynamax-Dunkel. Wir nehmen die Dynamax-Flut. Oh Gott, diese Menge, Mann. Das ist so geil. Diese Fangesänge sind schon echt der Hammer. Und dann diese Dynamax-Immierung. Fleckleon in Riesig. Sehr gut. Es ist Zeit für Giga Dynamax. Inferno-Port, werde größer und ändere deine Gestaltung. Äh. Und? Ändere deine Gestalt? Oh, seine feurigen Augen waren richtig cool. Hoh-la-hoh-la-hoh-la. Oh, Riesenvieh. Scheiße, ey. Ich hasse Käfer. Aber jetzt bekommst du die deiner Flut ab. Du wurdest leider nicht ganz besiegt, aber das kriegen wir trotzdem hin. Es regnet. Tja. Damit hast du nicht gerechnet. Deiner Schwarm. Oh Gott. Autsch. Wow. Oh, holy verdammter Mist. Und meine Verbrennung schadet mir auch noch. Deiner Flut. Komm schon, das schaffe ich ja jetzt. Oh. Ich weiß, ich wollte nicht auf Risiko spielen. Ich habe auch kurz nachgedacht. Aber ich dachte dann doch, komm, ich habe auf jeden Fall... Wow. Ist das gerade einfach mal explodiert und in Flammen aufgegangen. Holla, die Waldfee. Astrum erreicht Level 15. Oh. Der Controller vibriert wieder. Und ich bin klein geworden. Aber ich habe gewonnen. Oh. Was für ein Kampf. Ich bin stolz auf dich, Flagleon. Großartige Pokémon und ein großartiger Trainer. Kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. 8.640 Poké-Dollar. Wir sind offiziell nicht mehr pleite. Yay. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha. Wie es scheint, habe ich auch noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du und dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war meine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Und jetzt gebt euch das Patsche-Händchen. Ah. Das ist schön. Oh. Und er fügt sich perfekt zwischen den anderen beiden ein. Richtig cool. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 35 fangen. Wir haben es dem Dynamax-Phänomen zu verdanken, dass Pokémon-Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Galar sind. Jungen Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass sie am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft. Und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Hast du das gesehen? Was für ein Kampf, Jirilea. Ich war mir zwar sicher, dass du mit Fleckleon gewinnen würdest, aber... Mann, war das aufregend. Sehr beeindruckend, Jirilea. Jetzt teilst du also schon den Pflanzen- und Wasser- und Feuerorten. Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Feier des Tages überreiche ich dir diese TM. Bitteschön. Irrlicht. Oh ja, so ein nerviger Scheiß. Dankeschön. Verursacht Verbrennungen. Hier hast du außerdem die Endnachbildung von Kabos Uniform. Dankeschön. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen Arena-Leitern zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Du hast ihn gehört. Auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orte und da kriegen wir selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Ich vermute, es wird einfach mal Zeit, ein bisschen mehr in die Naturzone zu gucken. Du hältst mich ja schon wieder auf. Ich würde gerne vorher noch ins Pokémon Center. Hopp, wartest du bitte? Komm, gehen wir hier in die Leia. Hopp, ähm, uh. Oh, der Arena-Leiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden? Wow. Ha, ich weiß, sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Hopp, nun werdet nicht frech. Er will wahrscheinlich was anderes sagen. Du bist ein schlechter Gewinner. Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Oh, die anderen beiden sind auch da! Wow! Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Jereleia, Hopp, mein Glückwunsch! Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest zu wünschen, aber nicht nur als Arena-Leiter, sondern auch als eure Fans. Oh, ist das süß! Dankeschön! In der Tat, um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir ein Fangesang völlig ausgedacht. Okay. Hopp, 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 unser Hopp ist total top. Und Jereleia ist doch ganz klar, die ist genauso unschlagbar. Oh, Kabu, du bist ja echt ein total süßer. Du meine Güte. Dankeschön. Die Arena-Leiter, die euch jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das denken wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Chant gegeneinander antreten. Blablabla, Champ, bla bla, neue Legende, bla bla. Ab, auf geht's nach Chlor City. Super große Großigkeit. Juhu. Ich wollte aber gar nicht in die Naturzone. Ich wollte mein Flämmchen umbenennen. Warum fragt mich keiner, wo ich hin will? Da hast du uns wieder in der Naturzone stärker und besser als je zuvor. Ich bin tatsächlich jetzt mutiger geworden. Chlor City liegt irgendwo da drüben, Jereleia. Somewhere over the rainbow. Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich das stärkere Pokémon schnappen. Ja, ich entspanne auch noch ein bisschen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hauptbegehen. Blablabla, die Arbeit könnt ihr euch sparen. Oh, Bettis, ich habe voll Mitleid mit dir, aber schwierige Kindheit und so, ne? Aber trotzdem, ähm, bitte nervt nicht so sehr. Es ist doch offensichtlich, dass Kanda von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem ach so unschlagbaren Schlamm kann es nicht her sein, wenn er nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hapsala! Du schaffst es ja nicht, meinen Pokéball gerade zu werfen. Naja, wie wäre es, wenn du dir mal Namen merkst, wenn du schon uns einige Malen begegnete bist, denkst. Ne? Blablabla. Pff, bitte ist. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es sie gegeben hat. Also pass ja auf, was du sagst. Du bist für ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tue es in einem Kampf. Du gegen mich da drüben, weil ich musste erst mal im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Jerelea kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meine Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Jerelea und dem Champ. Ich kann es heute nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Gut, das stimmt aber wirklich. Das ist wahr. Das kannst du haben. Jerelea, du kannst ruhig schon mal los nach Claw City. Wir sehen uns dort. Warum fragt mich keiner, wo ich hin will? Ich will zum Pokémon Center. Die haben sich also verkrümelt. Ganz genau. Ich gehe hier definitiv nach Claw City oder halt auch nicht. So. Denn hier muss ich hin. Spitznamen bewerten, bitte. Und zwar von Flämmchen. auswählen. Auswählen. Sein neuer Spitzname lautet nämlich Katsuki. Weil ich finde, dass Fokano bzw. später Akani total ist wie Bakugo Katsuki aus Pokémon Hero Academia. Katsuki. 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 Ich kann mir mal ganz das Team eher freier Pokémon. Naja. Katsuki. Ja, mal gucken. Fläckleon bleibt so wie er ist. Kranowicz auch. Bei dem bin ich mir nämlich gerade nicht so ganz sicher. Ich habe auch überlegt, ob ich Astrum erstmal einlager. Ja, ich glaube nämlich schon. Weil, ähm, naja, ich möchte jetzt eigentlich lieber ein entsprechendes Pokémon hochziehen von Null an. Vielleicht könnte ich allerdings auch einfach vor die Vorbahn draus machen. Ja. Und was ist das hier? Skyr. Das ist Skyr. Was man mit Skyr jetzt losbricht. Ewai, ewai. Das habe ich aber auch mit Level 15 auf Route 4 erhalten. Hm. Hallo? Rückgängig? Äh. Ah. Meine B-Taste funktioniert also auch nicht mehr so, wie es wie mal war. Hm. Ob ich Astrum oder Skyr zu, äh, hm. Ich glaube Astrum, das klingt mehr so nach einem passenden Pokémon. Hm, Bullpix. Jetzt sollte ich einen von denen mal austauschen. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Das ist ja wirklich schwierig. Es ist erstmal gut, so wie es ist. Aber wenn ich Skyr entwickle... So. Erstmal die ID-Lotterie. Na komm. Na komm. Ah. Ein Moment, bitte. Ein Moment, bitte. Ein Moment, bitte. In dem ich nicht drücken kann. Oh, ich muss gleich mal den Controller tauschen. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, ich versuche mein Glück. Viel Glück bei der Erziehung. Mal gucken. Ja, okay. Na gut. Na gut. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ähm, Pokéjobs. Ja. Es gibt jetzt richtig viele Aufträge, die ich alle eigentlich machen könnte. Okay, bis bald. Ja gut. PC-Boxen. Genau. Wir tauschen jetzt nämlich erstmal... So, Astro mit Skyr. So, und jetzt... Gucken wir nochmal, was wir in der TM-Eboli erlernen kann. So. Sternschauer. Sternschauer kann eigentlich jedes Pokémon erlernen. Skyr. Jede, jede verdammte Attacke sollst du vergessen. So. Felswurf. Energiefokus finde ich halt nicht so cool irgendwie. Oh, Katsuki könnte Irrlicht erlernen. Das wäre auch süß. Aber wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir werden jetzt erstmal... Ähm... Mal sehen. Das hier, das hier, das hier nehmen. Und... Unser Skyr entwickeln zu einem Follipop. Ganzen Pokémon in meinem Team. Und das wird nun Evoli sein. Oh, bist du hübsch, mein kleiner Schatz. Oh, Follipop. Juhu. Es ist so niedlich. Ein unreif Pokémon. Du bist aber unreif. Pflanze. Sein Schweif ist scharf wie eine Klinge. Es ist stolz darauf, dass es damit selbst einen großen Baum sauber zweiteilen kann. Schatz, du bist so süß. Schatz, du bist so süß. Ja, du lernst Rasierblatt. Unbedingt. Und du vergisst. Und du vergisst dafür einfach Sandwirbel. Und schwapp. Und schwapp. Und schwapp. Und du vergisst einfach nicht ein. So. Und was kannst du noch so lernen? Mal sehen. Äh, Elektronetz. Energiefokus. Eigentlich nichts anderes. Heimzahlung immer noch. Äh, Licht. Okay. Ist das großartig. Juhu. Mein Team besteht jetzt aus... Blackleon, Kranobits, Gaunox, Katsuki, Skaya und Wulpix. Ich weiß ja nicht genau, ob ich Wulpix im Team behalte, weil ich hab Katsuki ja schon. Vielleicht ein Eis-Pokémon. Das wäre ganz großartig. Denn ich liebe Eis-Pokémon sowieso sehr. So. Dann gehen wir jetzt in den Beutel. Und wir schauen mal, dass wir dem Poki noch, dem Skaya noch was geben. Aber wahrscheinlich sind das doch diese hier, ne? Mal sehen. Schutz, Zauberwasser, Plattoschuhal, Wechselhülle, Gift Cloud. Ähm. Ich würde gerne vom Typ Pflanze verstärken. Na gut, okay. Wenn du momentan dafür nichts hast, dann, ähm... Ja. Verwirrung, Mauerungen. Aus dem Schlaferwecken. Ich nehm mal hier Paralyse. Also, ups, nein, nicht einsetzen. Gebe sie. Die Skaya nämlich mal. Mami, stolz auf dich. Du bist toll. Du bist Sophie. Äh, waren wir jetzt nochmal geheilt? Ja, waren wir. Ich hoffe, wir sind gut vorbereitet, ehrlich gesagt. Bin ein bisschen nervös. So. Auf geht's wieder in die Naturzone. Ein neues Kapitel in der Legende von Jireneia beginnt. Ich rede schon genauso wie Hopp. Rescue me. So. Aber weil das jetzt wieder ein neues Kapitel ist, ist jetzt der perfekte Moment, um mal wieder zu pausieren. Also, ich hoffe, wir sind es beim nächsten Mal wieder. Und danke fürs Zuschauen. Bis ganz bald. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.